Let's play Doom! Es geht weiter, wir sind in der Hölle und wir müssen wieder zurück auf den Mars kommen, irgendwie. Wie wir das anstellen, weiß ich noch nicht. So, erstmal Gesundheit ein bisschen tanken, Munition mitnehmen. Und dann geht's hier auch wieder weiter. Kann ich bitte die Ochs mitnehmen? Ach, und wieder so ein Spring-Scheiss. Ich mag's nicht. Komm ich von da aus irgendwie überhaupt schon rüber, oder muss ich da jetzt... Ach Gott, da sind wir. Okay. Gehen wir erst. Moment, komm ich von hier? War ich hier schon? Ja. Hier war ich schon. Okay. Weif auf die Rüstung. Ging's da noch irgendwo hin? Nee. Mhm. Okay. Ah, und so komme ich zum blauen Schädel. Aber Moment, kann ich da jetzt nochmal hoch? Das ging ja hier auch noch ein Stück weiter. Okay. Sammlerstücke ist das erste, was ich überhaupt gefunden habe bisher. Moment, ich hatte doch wieder einen Waffenpunkt geklickt. Jetzt habe ich sechs, dann kann ich hier Schüsse durchdringen. Töte 30 mal mehrere Dämonen mit einem Schuss, dann schreit mir das frei, okay? Die blaue Tür war hier unten, oder? Oh! Da bist du denn? Kokodämon. Ah, keine Munition mehr. Die! Hey! Ich glaube, verkacki so ein bisschen. Und da hat sie zerpreselt. Oh, großer Junge kommt auch wieder zu Besuch. So, frisch dich selbst. Oh! Jedes Mal hole ich mir das Teil hier nicht. Jetzt ist das auch schon wurscht. So, wir haben aber hier eine blaue Tür, da wo ich jetzt durchkomme. Okay. Okay. Ähm. Ich pushe die Gesundheit weiter. Ich benutze die Kettensäge, viel zu wenig glaube ich. Oh, okay. Das war's. Schön. Freut mich, dass ich dich getötet habe. Scheiße. Na toll gemacht. Das war ja sehr schön. Wann. Halleluja. Doom. Nett. Ist das irgendein Easter Egg? Irgendein, das ich gerade nicht verstehe. Oh, Baby. Hätte man da jetzt auch voll vorbeilaufen können? Dass man die zum Beispiel überhaupt nicht bekommt? Das wäre ja mies. Boah. Ich dachte mir gerade noch, das war jetzt eine dumme Idee. Was? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Ich traue mich nicht von da drüben zu springen. Irgendwie. Okay. Da komme ich aber noch nicht rein jetzt. Okay. Ah. Was war das denn jetzt wieder? Was war das denn? 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 So jetzt stellt sich die nur die frage wie komme ich da oben rein gar nicht erst mal Muss ich vielleicht hier oben weiter Da drüben Nein Nein Oh Mann Nope Ich muss mir aber jetzt noch vorsichtshalber Lieber vorgeschaut alles nachgeschaut Keine Munition mehr Die blöden fressen da die nerven mich auch schon Scheiß Viecher Die blöden fressen Die blöden fressen Ah Kann ich munition mehr Fuck Die blöden fressen Die blöden fressen Ich kann nicht einmal sagen Neuer Codex-Eintrag, hm, muss ich jetzt nicht lesen, ich mein, das ist dumm. Okay, so ein Rüstungsteil. Okay, so ein Rüstungsteil. Ein Eintrag und eine Ruhe. Gestält durch die Feuer der Hölle blieb sein eiserner Wille auch in dem Übergang stark, der die Schwachen verführt. Denn nur er war der Hellwalker, der entfesselte Jäger, der nach Vergeltung suchte. Überall im Schatten, im Licht, im Feuer, im Eis, am Anfang und am Ende. Und er jagte die Sklaven des Schicksals mit unglaublicher Grausamkeit. Denn er überschritt die Kluft, wie vor ihm nur die Dämonen es vermochten. Ich kann mich irren, aber ich glaube, dass das auch ein Sprecher ist, der in Diablo spricht. Komm, also, ich mein, der Sprecher ist ja bekannt. Wir haben öfters aber, ich glaube, dass der auch in Diablo öfter mal so irgendwas erzählt. Ist es nicht sogar die Stimme von Tyrael? Grad wollte ich noch sagen, ich habe schon lang keinen Waffenmod mehr gefunden. Es gibt keine Waffenmod für die doppelläufige. Okay. Nee. Ja. Ich nehme mal den da. Ah ja. Okay. Coole Sache. Okay. Das werde ich jetzt nicht vorlesen. Aber das werde ich mir später nochmal durchlesen, mit dem Doom Marine und so. Ich meine, es ist Doom. Brauchen wir hier eine Story oder sowas? Nicht unbedingt. Ein paar Sachen lese ich dann trotzdem mal vor, aber so. Oder wenn der Erzähler da kommt, finde ich noch angenehm. Oh, hallo. Nein, nicht doch! Mann, ich wollte den großen Knack machen. Oh, mich du schon wieder. Habe ich dich? Oh, noch eine. Hallo. Der Höllenbaron. Ich laufe kurz wieder zurück, oder? Ach, die blöden Schädel. Moment. Wenn ich zweimal die Taste 1 drücke, dann kriege ich auch die Kettensäge? Okay. Okay. So, blöde Schädelfiecher. Und noch ein Baron. Hast du jetzt den Baron getötet, du Sau? Die Hölle ist nicht so viel Freundschaft, wa? So, jetzt aber. Yeah. Können wir noch heilen hier? Ja. So, wenn das jetzt hier ein Speicherpunkt mal wäre, könnte ich dann auch mal wieder eine Pause einlegen. Aua. Machen wir es jetzt ganz einfach so, wir spielen jetzt, bis der nächste Speicherpunkt kommt. Wahrscheinlich wird die Folge jetzt noch 50 Minuten lang. Die battlen sich da gegenseitig, oder was? Da, da! Oh. Oh Gott. Was mach ich denn? Ja, das war das super. Hallo, sterben. Oh. Ich will nicht runter fallen. Vankerbuss. Den kann ich ja immer noch nicht, ne. Ich will den unbedingt mal zu Sagan erschaffen. Speicherpunkt erreicht. Alles klar. Das passt ja perfekt von der Zeit her. Dann war es das mit dieser Folge von Doom. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Oder heute. Ich weiß nicht. Wann heute die Folge rauskommt. Bis dann. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.